Hey Leute, ich bin Bimo und ich bin Loco-Leute und wir spielen heute eine neue Runde Notruf Hamburg. In der heutigen Folge sind wir als Zivilpolizei bzw. allgemein als Polizisten unterwegs, aber es gibt natürlich wieder eine Regel. Wir müssen uns an die Verkehrsregeln dabei halten. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen werden. Vergesst nicht noch den Channel zu abonnieren, denn die meisten Leute, die das Video hier gucken, haben noch gar nicht abonniert. Deswegen gerne abonnieren und noch ein Like da lassen und jetzt viel Spaß beim Video. So, erstmal müssen wir hier unseren Notarzt kurz zur Feuerwache bringen. Genau. Und ich habe schon ganz viele Schüsse gerade gehört. Bin gespannt, was da gleich... Achso. So, ey. Da... Hä? Ist jemand im Notarzt... Ey? Ja, der springt die ganze Zeit von A nach B. Ist jemand Kriminales im Notarztwagen? Wazake! Nein, das ist ja ein völliges Chaos hier. Und wir können halt auch keine Staubsnicks verwenden. Da ist noch mehr Kriminalen draußen. Draußen, draußen. Draußen hast du... Ich komm schon! Wazake! Ja, ich habe ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schnappe dir, schnappe dir. Genau. Ich habe auch kein Auto. Ich muss das in dein Auto setzen. Ja, okay, 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 okay. So, alles klar. Ab zum Gefängnis. Oh, du musst mal deine Leute da rausschmeißen. Ja. So, alles klar. Sehr gut. Oh nein, mein Auto ist kaputt! Nein! Mein Auto ist kaputt! Zum Glück! Okay, Leute. Oh nein! Oh, es gibt aber ein ADAC! ADAC, äh, 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 Hilfe! Bitte, weißes Auto! Oh, hier, der will mich, das Auto hier, der Lambo, der Lambo! Was ist mit dem? Der will mich, äh, kaputt, äh, der wollte mich anfahren. So, ey! Ja, dann bleibst du, ich setze den hier hin, da habe ich keine Gnade. Schee, äh, ganz ehrlich, solange können wir dann hier aber einmal... Ach, warte mal, wir haben jetzt voll... Bitte, ich sag dir ein Geheimversteck. Was für ein Geheimversteck? Ich kenne alles in Notruf Hamburg. Warte, 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 wir haben ein bisschen was falsch gemacht. Was denn? Wir sollten auch auf Verkehrsregeln achten. Hm, 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 ich war nicht über 100. Du hast recht, Bibo. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon. Und wie gesagt, wir müssen jetzt erst mal die, das Blaulicht ausmachen und den Blinker richtig setzen. Jetzt muss der erst aktiviert werden und da würde ich sagen, nehmen wir auch hier direkt die erste Ausfahrt. Und wir müssen jetzt erst mal das Auto tanken. Wir dürfen jetzt leider nicht hier so durchblättern. Blinker wieder rausnehmen. Weiter geradeaus, alles klar. Oh, oh, wir hätten noch rechts vor links, glaube ich, hier gehabt. He, 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 egal, da mal ein bisschen weiter jetzt. Ich darf auch ein bisschen schneller fahren hier. So, genau, 250, das geht noch. Da mal wieder hier den Blinker setzen und... Und weiter geht's, jo. Ist aber angenehm, jetzt werden wir hier nicht geblitzt. So, jetzt bin ich hier, so. Hoppla, oh, 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 oh. Oh, das ging auch noch so. Sehr gut. Blinker wieder raus. Und einmal die Karte hier tanken. Tö, 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 tö. Ich muss meine Weste noch ausziehen. So, so, so. Alles klar. So, weiter geht's. Okay, hier sind die ganze Zeit so ein paar Einsätze, aber irgendwie, ähm, ja, sind die, glaube ich, schon ein bisschen hervor im Container. Auch ein Schiff wäre jetzt noch interessant gewesen. Aber, Leute, wir haben uns jetzt übrigens dafür entschieden, dass, ähm, äh, ich meine, es gehört ja auch zu den Verkehrsregeln, dass ein Polizist, wenn er eben Blaulicht anhat, eben auch schneller fahren darf. Deswegen machen wir das dann auch so. Aber solange wir halt keinen Einsatz haben, wo wir hin müssen, äh, ja, müssen wir halt hier schön langsam durch die Gegend gucken. Oh, oh, hier ist, ne, einmal Blinker setzen, einmal hier noch links fahren und uns dann wieder rechts schön einrein hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einmal hier stehen bleiben. Alles klar. Weil hier nämlich eine rote Ampel ist, Leute. Und es geht weiter jetzt hier. So, dann einmal hier rechts fahren. So, genau. Das läuft doch schon mal wunderbar. Ich vergesse immer den Blinker. Oh, nein, ich bin zu schnell gefahren. Äh, ihr habt nichts gesehen, ihr habt nichts gesehen, Leute. Ich wurde auch nicht geblitzt, von daher. So, okay, aber jetzt hier. Oh, oh, nein, wo ist hier? Nach links, genau. Und dann hier einmal. Und weiter geht's. Okay, da braucht jemand Unterstützung. Wo denn? Gucken wir mal. Ey, da oben. Alles klar, Officer down. Ab geht's. Jetzt dürfen wir auch ein bisschen schneller fahren hier. Natürlich die Sirene auch noch anmachen. Genau. So, Leute, jetzt dürfen wir auch mal ein bisschen hier durchheizen. Hinten fährt auch ein dicker Sportwagen. Ein Lambo, glaube ich. Okay, oh, okay. Vorsichtig, vorsichtig. Auch wenn wir Polizei sind und Sirenen anhaben, müssen wir natürlich bei einer roten Ampel links und rechts gucken, Leute. Alles klar. Okay, ähm. So, einen Moment, einen Moment, einen Moment. So, da sind wir auch schon wieder. So, da sind wir auch schon wieder unterwegs. Und einmal hier nach links und einmal hier nach links. Oh, oh. Einmal hier nach rechts. Wir müssen ja natürlich trotzdem hier den Blinker setzen. Und jetzt dürfen wir aber durchheizen hier. Gibt Gummis. Gibt Gummis. Let's go. Auf ist da down. Wir brauchen alle Verstärkungen. Okay, okay, okay. Wir sind schon unterwegs. Oh, nein. Hey. Was? Hey. Meine Steuerung war ganz komisch. Okay. Fast einen Unfall gebaut, Leute. Aber. Okay. Jetzt wollen wir mal wieder hier ein bisschen leiser sein. Aber wir wollen ja ein bisschen undercover wenigstens hier unterwegs sein. Okay. Oder war das gerade die Autos? Ich hätte mal Stopsticks da vorne setzen sollen. Okay. Ich fahre mal ganz unauffällig. Ich bin gar kein Polizist. Oh. Ich könnte auch ein Krimineller sein. Hey. Hier ist ja gar keiner. Ist nichts los. Die sind schon weg. Dann war die das echt da hinten im Auto. Mann. Okay. Oder die sind hier vorne den Fluchtweg. Haben die genommen. Okay. Ops. Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, wohl wieder. Erstmal drauf achten, ne? Oder? Oh. Da ist ja jemand. Ey. Anzucke. Oh nein. Hier sind Kriminelle. Hier sind Kriminelle. Ui. Ja. Ich hab einen. Ich hab einen. Ich hab einen. Oh. Schnell, 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 schnell. Und verhaften den Typen hier. So. Ich glaube, sein Kollege ist auch noch hier. So. Ui. So. Ui. Mal gucken hier. Ist der Kriminell nicht? Nee, ich glaub nicht. Ich weiß nicht. Doch. Doch. Er ist Kriminell. Er ist Kriminell. Oha. So. Okay. Alles klar. Lass die Abkürzung nehmen. Geht schneller. Ach ja, genau. Okay. Oh, mein vorderer Reifen. Obwohl, ich glaube, wir dürfen nicht die Abkürzung nehmen, oder? Ah, stimmt. Ey, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Und du dürftest nicht fahren mit deinem Auto, mit deinem Reifen. Oh, das stimmt eigentlich, ne? Du musst rein theoretisch bei mir mitfahren. Eigentlich schon, eigentlich schon. Aber das kriegen wir auch gar nicht heile. Doch, du kannst hier beim Dings, glaube ich, ein ganz neues fahren bei der Polizei. Naja, dann bleib dein Gefangener bei mir rein und hüpf rein. Okay, okay, okay. Alles klar. So, ups. Ups. Ja, Leute, wir gehalten uns hier richtig an die Regeln. Ganz genau, ganz genau. So, einmal hier rein. Alles klar. Und dann hier rein. So. Und dann... Ja, ist leider kein ADAC online, aber normalerweise hätten wir halt jetzt ein ADAC-Call rausgehauen. So, alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass mich verkaufen, bitte. Ah, sein Liebesgut verkaufen. Sein Liebesgut. Ey, komm mal da. Ja, ja, ich weiß. Eigentlich wäre das kurz schreckt, wenn wir das machen würden. So ein bisschen kriminelle Energie. Ich meine, wir müssen ja nur auf die Verkehrsregeln nach. Ne, bist du bekloppt oder was? Wir sind alle besoffen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Weil, Police Officer Ronaldo ist da und ist so. Ja, einer ist hier ein Dealer. Äh, weiß du nicht. Ne, hier ist kein Dealer. Wir sehen die ja nicht. Äh, wo ist ein Dealer? Ja, ne, wobei, wir finden bestimmt schon einen. Wir kennen uns doch aus hier. Ja, wir sind doch hier geboren und aufgewachsen und so. Ja, ist so, Leute. Loco, du musst doch Blinker setzen. Du vergisst die ganze Zeit Blinker. Achso, echt, die habe ich nicht gesehen. Nein, das ist jetzt immer meine Blinker. Ja, habe ich gar nicht gesehen, okay. Ich bin vorbildlich. Hört mal bei mir meinen Aufnahmen. Oh, sie ist hier sogar perfekt grün. Muss auch meine Motor aufbekommen. Ah, ja, okay. Sieh, 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 sieh. Lasst ein Like und ein Abo da. Ganz genau, Leute. Wer jetzt noch nicht abonniert hat, stinkt richtig, richtig doll nach Pups. Also, das ist einfach so. Ich habe das gerochen schon. Boah, hier stinkt. Boah, hier stinkt. Boah, 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 boah. Ah, voll Pups. So, okay. Lass mich bitte verkaufen. Vielleicht ist ja beim Gefängnis direkt einer. Genau, genau, genau. Der da in der Ecke vielleicht so. Oder halt hier rechts vorne. Das könnte auch sein. Wir fahren mal hier vorne gucken. Ja, genau. Blinker, genau. Sehr schön, sehr schön. Wir sind hier. Und dann Knast, bitte. Ja, das würden wir machen, das würden wir machen. Das ist eigentlich nur fair, so. Ist da hinten einer? Nee, auch nicht. Okay. Das müssen wir kurz drehen. Wo ist, wo ist, wo, wo ist ein Dealer? Schreibt mal ganz kurz. Ja, ich gucke mal nach da hinten bei der Polizei vielleicht direkt. Es würde mich immer interessieren, was das eigentlich ausmacht. Also, warum man mehr XP bekommt, wenn die mehr, wenn die mehr Beute haben. Oder, ey, das ist ein Kriminalist. Ich steig, ich steig, ich steig, ich steig. Ja, steig aus. Okay. Gucken wir mal, ob ich unseren Kollegen hier vielleicht... Ach, nö. Hey. Nee, hier ist auch kein Dealer. Hallo. Oh, da ist ein... Da war ein Hund. Okay, mal dringen, Leute. Okay, da laufe ich immer wieder. Ach, ja, genau. Ich meine, ich muss ja hier auch... Ich darf ja nicht einfach auf der Straße laufen eigentlich. Ich muss hier natürlich... Ach so, ja, da bist du ja schon wieder. Okay, einmal hier gucken, jo. So, dann soll ich dich einfach kurz da hinbringen? So. Äh, wohin? Äh, mit zum Auto holen. Oh, ja, genau, genau, genau. Dann kann ich einmal ein neues Auto spawnen, genau. Ja, sehr gut. Dann kannst du den Gefangenen auch mitnehmen. Alles klar, dann einfach bitte stehen bleiben hier. Oh, ja, genau. Oh, ja, perfekt, perfekt, genau. Dann musst du den Gefangenen auch mitnehmen, obwohl hier muss ich gar nicht blinken. Ja. So, Leute, und... So, alles klar, danke schön, ich stecke schon mal aus. Warte, schon mal auf den Gefangenen hier. Das Auto hier, da, 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 da ist es schon wieder. Ah, nee, das ist ja immer noch kaputt, da muss ich mir ein anderes Auto holen, offenbar. Oh, okay. Okay, dann holen wir uns. Heute müssen wir echt mit dem... Oh, wir müssen es vom ADAC abholen lassen, wirklich. Ja, aber ich habe, ich habe mir jetzt ein anderes Auto einfach genommen, so. Joa. So, okay, den Gefangenen hier noch einmal rüber. So. So, genau. Perfekt, Leute, wir haben wieder unsere Gefangenen getauscht und gehen jetzt wieder auf Einsatz. Genau, wieder Blinker setzen hier. Du, 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 noch mal Blinker. Ey, ich schüsse, ich erschüsse. Ich auch, schüsse. So, ey, vorsichtig, ey, ich werde hier fast in 3 gefahren, Mensch. Ja, hier ist Vorfahrt gewehrt, mein Freund. So, ey. Den musst du anhalten. So, okay. Yes. So, Louis, wir fahren mal zu Banken. Da höre ich nämlich Schüsse ein nach den anderen. Genau, der meint auch, der Dealer wäre bei der Borg. Genau, so. Alles klar. Ich wurde geblitzt mit 6 Kammer zu schnell. Oh, nein, Leute. Ich habe mich nicht an die Verkehrsregel richtig gehalten. Ich wollte dich da nicht holen. Das ist aber auch schwer mit der Tastatur, Leute. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Könnte man die Gänge noch einzeln selber setzen? Das wäre heftig. Also auch so kompliziert eigentlich. Aber wir packen einfach mal hier. Sind wir heute so frei, ne? Okay, ist hier ein Tee da? Ist hier denn einer? Ja, hier ist einer. Hier ist einer. Sehr gut, sehr gut. Dann kriegt er. Ups. So. Hoppala. Die ist doch bei dir drüber, oder? Ach so, ach so. Ach, ja. Ich habe... Ja, genau. So, alles klar. Alles klar. Sehr gut. Ne, er ist Ehrenmann, er lässt sich sogar wieder verhaften. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Das ist sehr ehrenhaft gewesen. Er hat eine Win-Situation, weil er nicht so großen Verlust hat, Leute. Genau, genau. Und ich habe auch einen Win, weil wir beide ein bisschen XP kriegen. Ey! Der hat meinen Kollegen hier verhaftet. Ey! Was soll das denn? Ey, was? Ey! Warte, ich blockiere ihn. Der kommt nicht hier raus. Oha, was wird der denn hier auf einmal? Was wird der denn? Iiii, das wird nichts. Ey, der kommt hier. Oh nein. Der kommt hier gleich raus. Oha! Okay, Leute. Okay. Das ist für mich ein großer Einsatz jetzt hier. Das ist doch doof hier. Alles klar. Mal blickersetzen. Er klaut unseren Gefangenen, Leute. Den schnapp ich mir. So. Den müssen wir uns wirklich schnappen. Ich klaut mir einfach den Gefangenen, Mensch. Oh nein. Das lasse ich doch nicht durchgehen. Das ist doch hier ein Polizeibetrug oder irgendwie sowas. So. Ach nee, jetzt habe ich Unfall gemacht. Oh Mann, ey. So, ja, schnapp ich mir da. Die Leute, da müssen wir jetzt mal sehr großer Einsatz. Den müssen wir einmal, sobald der rausgeholt wird. So. Oh, und anstoppst du dir? So. Oh, 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 oh. Ach nee. Oh, schade. Oh nein. Oha, oh, oh. Was er für einfach für einer ist. Heftig. Einfach richtig ehrenloser. Was ein ehrenloser. Mal gucken, ob sein Auto kaputt gehen kann. Ehrlich. Hehehe. Absolute Unehre, du Kollege. Richtig unehre. So. Genau. Leute, sowas macht man nicht. Das ist doch richtig doof. Das ist ja richtig gemein. Ohne Witz. Ja, jetzt lass ich mal meinen, ja, aber lege ich doch mal ins Gefängnis. Ist der hier noch überhaupt? Weiß nicht. Ich glaube, der versuchte der eine, äh, äh. Mein Auto hat keinen Sprit mehr. Tja. Schon wieder. Hihi. Mensch, das geht nicht. Das hört ja nicht auf hier. So. Okay. Einmal ganz kurz. Ah, es spielt immer noch keine ARC. Warum denn 20 Polizisten? Aber keine ARC hier. Auf jeden Fall Video. Prost geht raus, der 007 Cobra. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das hat super geklappt. Komm mit. Ach ja, genau. Oh, ich bin drüben. So. So, ja, was? Also, du brauchst ein neues Auto wieder, ja? Ja, ja. Ja, sonst, wir können auch erst mal irgendwo gucken, ob da bei der Bank was geht oder irgendwie sowas. Können wir mal kurz vorbeifahren. Nehmen die mir beide die Vorfahrt. Hehehe. Über Mai. So. Genau. Willst du uns auch ein Lenkrad besorgen, Bimo? Das wäre schon cool. Das wäre richtig witzig eigentlich. Ja, ist da einer am Hupen hier vor der Bank. Vielleicht ist das kriminelle Zeichen. Aha, aha. Was ist das? Also, Rede. Blob. Oh. Arjo, steigen bitte. Führerschein und Fahrzeugpapiere. Erzacke. Ja, ja, vielleicht, nee, ich glaub, der ist nicht kriminell, der ist zu sicher. Ja, das stimmt irgendwie, okay. Aber das ist doch ein Fake-Polizist. Schade, schade, schade. Das, nee, doch nicht, der hat einen Taser in der Hand. Äh. So, weiter geht's. Okay. Vorsichtig. Kannst du bitte vor uns verschwinden? Bitte, danke. Man läuft nicht auf die Straße. Genau. Kommen wir mal beim Juwelier vorbei. So. Gucken wir mal beim Juwelier vorbei. So, genau. Da ist auch schon wieder viel los. Jawohl. Da ist ja richtig viel los. Wir waren leuchten an hier. Ich komme mal nach hier. Was ist hier los? Hallöchen. Guten Tag. Sind sie kriminell? Nee, sind sie nicht. Okay. Nee. Aber der wartet nur darauf. Nee, ist ein Polizist, glaub ich. Okay. So, wieder ein Übermaß hier am Polizei. So. Ich habe schon mal ins Auto gesetzt hier. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Äh. Äh. Polizeirevier, ja, links. Ja. Oh, das Haus brennt. Oh, nein. Lass uns die Feuerwehr rufen. Feuerwehr. Zehnt, Notruf, Leute. Feuerwehr. Aus. Brennt. Ich habe auch abgesendet. Ja, perfekt, Leute. Wir sind gute Bürger. Genau. Blinken, Spiegel, Schulterblick. Weiter geht's. Genau. Ich halte mal die Augen offen hier nach Kriminellen. Viele Leute sind gerade auf dem Server drauf. Die kriminell sind. Wo tummeln die sich wohl? Wo sind die Kriminellen hier unterwegs? Die, 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 die. Beim Gefängnis ist gar nichts los. Nur der Ehrenmann. So. Gucken wir mal beim Gefängnis direkt. Fahren wir mal da vorbei. Genau. Tschüss. Bye, bye. Schreib doch mal bye, bye. Ich kriege die ganze Zeit nachrichten. Bist du der Echte? Mein Auto ist kaputt. So und so. Hi. Ich hab die Nachrichten in den Message ausgestellt. Ich weiß nicht. Ich krieg bestimmt auch einen Eichen, aber ich seh's nicht. So, Leute. Ah, nee, ich fahr dich nach hinten. Quatsch. Ich bin schon ausgestimmt. Oh. Oh. Ich geh hier. Okay, okay. Ich drehe hier vorne auf dem Parkplatz einmal, Leute. Jo, jo, jo. Machen wir hier einmal ein Drehen. So. Zack. Zack. Das Auto nehme ich dir jetzt mit. Ich muss mal gucken hier. Was ist überhaupt noch heilig? Ich glaube, ich muss den Pick-up nehmen hier. Der ist heilig, oder? Jo. Jo. Alles klar. Blinker setzen. Blinker raus. Nochmal Blinker setzen. Du, du, du. So. Ja, wobei. Warte mal. Eigentlich. Oh ja. So. Machen wir einmal ganz kurz hier. Auf dem Parkplatz musst du nicht bringen. So. Jo, jo. Ich parke einmal ganz kurz hier. Schön. Einparken. Oh. Wir können ja einfach mal Pause machen jetzt. hier vorne. Guck mal. Da vorne ist doch sogar. Ich meine, wir müssen ja auch, ne? Schichte zwischen unseren Schichten irgendwie Pausen machen und so. So ist sie. Deswegen. Oh. Jo, Leute. Wir haben jetzt mal fünf Minuten Pause hier. Oh. Gucken wir mal. Was gibt es hier im Büro? Büro. Büro, Leute. Wollen wir uns ins Büro setzen? Kurz was essen? Was gibt es hier noch? Spindefahrzeuge? Imo machen jetzt einmal kurz Pause, Leute. Genau. Oder hier beim Spind, genau. Ihr seht schon, es ist dunkel. Ihr könnt hier erst wieder beim Tagesanbruch. Hier ist mein Büro, Leute. Hier setze ich mich hin. Keks. Und hier schlafe ich jetzt ein bisschen. Ich habe mir noch einen Spind. Aber auch umsitzen. Oh. Ich habe mir noch einen Keks rausgeholt aus meinem Spind. Hehehe. So. Oh. Ich kann keine Kekse essen, wenn ich sitze, Mann. Hehehe. Okay. Alles klar. Dann einmal Keks essen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. So. Dann machen wir jetzt erst mal Mittagsbäuschen hier. Hehehe. Oh. Da sind wir auch schon wieder. Ich vergesse. Ich habe vorne geparkt, Mann. So. Aber wir haben beide vorne geparkt. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Genau so. Wir haben schön geparkt. Das ist ein bisschen aus. Ich bin Autogramm. Hey. Es gibt eigentlich Strafzettel. Ich wollte gerade sagen. Wir haben auch direkten Einsatz Officers down. Bei der Bank hier. Alles klar. Einmal die Rede an und an. Schulterblick. Los geht's. Blinker wieder aus. Ja. Aus dem Kreis. Blinker an. Los geht's. Und da vorne. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, Leute? Ich bin auch gleich da. Blinker alles. Da sehe ich auch schon. Jemand wird verhaftet. Ich parke mal hier. Boah. Was ist da? Was geht da denn ab? Was ist hier denn los, Leute? Wo? Okay. 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 Ich baue erstmal hier eine Straßensperre, eine kleine aus. So. So. Und so. Und so. Und so. Äh. Oh mein Gott. Was ist hier los? Stopp. Okay. Wer schießt da? Das Polizist hier. Boah. Was geht hier ab? Zur Pause. So. Äh. Leute. Die machen. Oh. Äh. Die machen einfach eine Straßensperre hier. Ja. Die machen den Farmer nach. Genau. Die Bauern. Die streiken. Oha. Heftig. Okay. Wir müssen das auch mal machen. Aber. Irgendwas. Wir müssen irgendwas in Notruf haben. Und streiken. Genau. Stimmt. Stimmt. Dafür, dass man als Krimineller auch gerettet werden kann aus Polizeiautos. Ja. Ja. Wir streiken dafür, dass wir streiken als Krimineller. Genau. So haben die Polizisten auch nichts mehr zu tun, wenn es keine Kriminellen gibt. Genau. Genau. Das stimmt. Stimmt. Das ist so witzig. Okay. Ja gut. Also irgendwie ist hier nichts los. Äh. Da kommt doch der nächste Bauer. Hahaha. Wie lustig. Oh. Der nächste Bauer ist auch schon da, Leute. Hehe. Hehehe. Okay. Auch nicht schlecht. Lass uns mal nachschauen, wie toll hier so ein Traktor ist. Der Juwelier, der Juwelier, der Juwelier, der Juwelier, der Juwelier, der Juwelier, der Juwelier. Also ich rede an, ihr Jungs, einmal alle einsteigen. Oh, sie kommen hier nicht vorbei. Ich muss einmal hier, ich muss, ich muss einmal hier umdrehen. So, ich muss hier einmal, ne, so, und los geht's, Leute. Alles klar, der Juwelier. So, der Juwelier wird auch rausgerassen, genau. Oh, hier so, zack, zack, zack. Alles klar. Fahre ich überhaupt richtig? Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Einmal hier, Bimo, überholen. Hey, ich bin so langsam, ich bin so langsam, vorsichtig, ich vorsichtig. Hey, pass auf. Boah. Hä? Glück gehabt, dass wir fast eine Unfall passiert. Das ist jetzt, äh, tatsächlich der Beweis, weil bei mir war es mindestens einen Meter Abstand. Echt? Okay, bei mir habe ich schon voll den Unfall. Oh, ich muss mal Sirene hier ausmachen. Ja, ich, ich merke so, ich hatte eh schon einen Stream manchmal, das Gefühl. Oh, ich werde auch einmal, also ich höre noch Sirene. Die Diamant, ein Diamant fehlt. Boah, der hat ja echt, äh, keine, 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 keine Angsthase war, dass der hat nur einen Diamanten gerippt. Der hätte gleich zwei Diamanten rippen können und da kommen können. Eigentlich schon, eigentlich schon, der hätte fette Beute machen können. Oh Mann, ey. Oh, na gut. Ich habe was gehört. Echt? Ja. Ist mit ihm hier? Warte mal. Ich glaube, der wollte, ich glaube, der ist angeschlagen. Nee, ist aber nicht, ist aber nicht kriminalisch. Ist nicht kriminalisch, ist nicht kriminalisch. Oh, er hat geteasert. Okay, na dann. Oh, wieder. So. Oh, dann, ups, Sirene wieder ausmachen. Oh, Leute, das ist jetzt schon fast wie ein Livestream hier. So, Farmshop wurde ausgeraubt, aber ist zu weit weg, Leute. Da kommen wir nicht mehr. Oh, Polizei, Officer ist da und, äh, ey, vorsichtig hier. Okay, wo ist denn das? Ach, schon wieder da. Schon wieder da bei den, bei den, bei den Fahrmann, bei den Bauern. Oh nein, was passiert denn die ganze Zeit? Ich habe auch noch ausgemacht. So, einmal hier nach rechts fahren. Jo, sehr gut. Officer ist da und, Leute. Alles klar. Geht, Officer ist wieder da und. Das Auto mal hier schön beiseite packen, alles klar. So, und leider. So, wer ist hier kriminell, wer ist hier kriminell? Ey, 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 ey. Officer liegt da, aber ich sehe keinen Flüchtling. Der macht, der macht Breakdance irgendwie so. Nee, ich sehe aber auch keinen Kriminellen hier. Vielleicht ist aber jemand hier drin irgendwo, ne? Überall mal gegenschlagen, so. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade einfach überall gegen, Baby. Hä? Schüsse, Schüsse, wer schießt hier? Ja, Polizei, Polizei. Was ist hier? Hey, Polizei? Wie? Boah, das lag schon voll. Ich wollte gerade sagen, das lag bei mir schon, ey. Heftig. Ich muss einmal hier ein Drink mir reinhauen, damit ich hier drüberspringen kann. Okay. So. Äh, Leute, das ist hier zu viel. Zu viel des Guten, okay. Alles klar. So. So. Alles klar, da müssen wir einmal jetzt hier. Wir sind mal um, einmal wieder zum Jubilier, Leute. Da fahren wir jetzt auch noch mit. Oh, Bugatti, der rammt sich. Wir haben die Schaufel voll, hat einer gerade geschrieben. Hier, da müssen wir einmal hier wieder umsehen. So, und wieder bin ich hier. Ich buch hier mal den einen aus, gell? Ach ja, stimmt. Wir sind ja noch im Einsatz hier, Leute. Deswegen, ups. Kann man wieder richtig fahren. Hey, vorsichtig. Oh, der hat mir schon wieder hier. Der hat ja richtig Angst gehabt. Ich glaube, ich warte diesmal auf ihn. So. Der hat sich nur zwei Ketten getraut mitzunehmen. Der Diamant ist auch wieder da. Ist der noch drin? Nee, nee. So. Aber hier ist noch Ware, die quasi direkt mitgewinnen haben werden kann. Ah, okay, okay. Oh, er hier. Er ist es. Er ist es. Der Hamster. Ja, der Hamster. Der Hamster im Bugatti. Ich schieße aufs Auto. Ja, ich habe... Sein Auto ist kaputt. Auto ist kaputt, ja. Let's go. Hinterher, hinterher. Den schnappen wir uns. Ich hole das Auto. Ich hole das Auto. Bam, ich habe ihn. Ich habe ihn jetzt. Ich hole das Auto, Papi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe ihn schon fest. Perfekt, Leute. Na, also. Er hat gerade einen Hamster. Der kam rein. Jo, jo, jo. Der war mir ein bisschen suspicious. Jo, jo, jo. Ich bin bei dir mit rein. Ist der auch drin? Perfekt. Den drehen wir mal um hier vorsichtig auf der Straße. Mögen die Sirene wieder aus. Genau. Und gucken mal. Wolltest du deine kurz einsammeln? Sind das deine? Nee. Was soll das? Ist das direkt hier auf unserem Weg? Die verschwinden ja eh gleich so. Von daher. Ja, so der Ordnungshalber dachte ich, weißt du. Achso, ja, stimmt. Jo, aber kann ja noch Straßensperre. Da sind ja auch noch unsere Kollegen, glaube ich. Von daher. Boah, Container wurde auch ausgeraubt. Okay. Ja, wir haben... Aber... Ja, ja, genau. Wir sind hier noch beschäftigt. Erstmal unseren kriminellen Hamster hier reinhauen. Es ist doch dunkel. Ich muss das Licht mal anmachen. Das hat nicht aus. Das ist gut. Ach, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Einmal blinken. Das muss man ja auch noch achten. So, Leute. Zertgefahr auf dem Parkplatz. Benutzen natürlich unser Tor hier hinten. Ist der Echt, das ist der Ehe. So, und hier vorne ist der Gefangenentransport. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. In der Bimo ihn abliefert, bringe ich ihn kurz. Dreh ich kurz. Hups. Jo. Und... So, perfekt. Einmal hier vorhaften. Dö, 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 dö. 40 XP bekommen. Sehr gut. Hier einmal oben. Steig mal wieder ein hier. Und... Oh, doch noch nicht. Und jetzt aber auch. Okay. Manche Klimmen sind hier so schwer hochzukommen. Ja, vor allem, wenn die Reifen kaputt sind, da komme ich mit dem Bugatti teilweise irgendwie gar nicht den Bordstein hoch. Das ist so heftig. Da mache ich mir den noch komplett kaputt. So, buy gas and go. Nee. Container, okay. Ist nichts Besonderes. Dann fangen wir erstmal wieder Richtung Bank. Jo. Gucken wir nochmal, was unsere... Unser Streik da hinten macht. Genau. So. Spannend. Da ist ja mal richtig action los. Ganz der Server tummelt sich da, glaube ich. Deswegen. Und dann legt das auch gleich jetzt mal wieder. Ach ja, stimmt. Oh, äh. So viele Sirenen, hä? Ey, der LKW-Fahrer kommt nicht durch. Äh. Da muss ich einmal hier leider mit dem Stopp. Mit dem Stopp. Genau. Der muss einmal umdrehen, bitte. Aber wieder umdrehen hier. Ganz genau. Ganz genau. So, noch. Ey, der hat sich geschlagen. Oder nicht? Nee, nee. Er hat nicht getroffen. Ich dachte, er will es vielleicht nochmal probieren. Ach so. Na gut, Leute. Dann war es das aber auch wieder mit dem heutigen Video. Ja, wir haben ein paar Festnahmen hier untergebracht. Wir haben einen Streik. Ich hatte sogar mein erster Roblox-Streik, den ich hier mitbekommen habe. Haben wir mitbekommen? Ja, ehrlich. Lustig auf jeden Fall. Äh, ja. Gut, Leute. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch ein schöner Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Bye, bye.